Herzlich willkommen. Quersumme ist 10. 136. Folge von Verhundert. In einem kleinen Raum in Berlin sitzen der Steffen und der Luis. Liebe Zahl und liebe Zeitreisende. Wie wir richten aus der Zeit von vor 100 Jahren, aus dem Jahr 1923. Aktuell ist das Jahr 2023. Es ist kalt, es ist März in Berlin und es schneit und es ist alles furchtbar. Nur vom Wetter her. Ansonsten ist das Leben für mich in Ordnung. Ja. Ja, Dito. Sehr gut. Die Folge von Verhundert gliedert sich in einen Teil, der ist die Hausmeisterthemen. Da reden wir über alle Themen, die uns selber und den Podcast betreffen. Versuchen uns kurz zu fassen. Danach kommen die Themen von vor 100 Jahren. Heute schmieden wir ein großes Eisen den Ruhrkampf. Und zum Schluss kommt Harry Graf Kessler, die alte Eule, der Elch, der Elche. Wir berichten über sein Tagewerk. Er hat damals gelebt, er hat reichlich Tagebuch geführt und wir nutzen dies als Primärquelle, um die Zeit von damals wieder auferstehen zu lassen. Und wir haben natürlich auch noch Werbung im Angebot und bei vor 100 ist die Besonderheit. Es ist Werbung aus dem Berliner Tageblatt von vor 100 Jahren. Denn auch wir müssen hier Geld verdienen. Ja. Also von nix kommt nix. Richtig. Von nix kommt nix. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Hausmeisterthemen. Ich würde anfangen wollen mit dem Thema, was ich sehr schön fand. Steffen und ich, wir beide, wir beide, waren gemeinsam im Georg Grosch Museum in Berlin. Das ist ein kleines Museum. Das heißt auch das kleine Grosch Museum. Und es ist klein. Zwei Räume. Aber sehr liebevoll gemacht. Total schön. Es ist in der Innenstadt gelegen. Und es sind zwei Räume. Also man ist dann im Zweifelsfall auch schnell durch. Georg Grosch macht wirklich sehr, sehr schöne Kunst. Also der hat so abstrakte, also er hat Dadaismus betrieben als Kunstform. Und er hat dann immer so verzerrte Gestalten von preußischen Militaristen und verzerrte, verhungerte Arbeiter. Und er ist selber Kommunist von der politischen Ausrichtung. Wurde später in seinem Leben aber apolitisch. Und sein Leben wurde beleuchtet. Der hat auch eine Reise nach Syvetrussland gemacht. Georg Grosch war natürlich befreundet mit Harik Graf Kessler. Und die beiden kannten sich sehr gut. Harik Graf Kessler hat ihnen auch geholfen, vom Wehrdienst befreit zu werden im Ersten Weltkrieg. Und ein schönes Museum mit für mich sehr, sehr schöner Kunst. Und die haben ein tolles Kaffee da. Wir beide haben einen schönen Käsekuchen gegessen. Ja, das stimmt. Was ich da sehr interessant finde an diesem kleinen Grosch-Museum, das ist ja am Bülow-Platz in Berlin. Und ich finde die Gegend sehr abgefuckt und abgeranzt, ehrlich gesagt. Berlin halt. Ja, auch wenn sie da so in einer sehr, ich habe auch das Gefühl, Touristen denken, das ist eine sehr noble Gegend. Aber ich finde, das ist eine der abgefucktesten Gegenden von ganz Berlin. Schön war es da nicht? Nee. Und dann biegst du aber ein in den Eingang vom kleinen Grosch-Museum. Und dann ist da erstmal so ein kleiner Garten mit so einem kleinen bisschen Wasser, was da so lang fließt. Und du kommst da rein und bist erstmal total beruhigt. So, das ist erstmal Ruhe, kein Straßenlärm. Ach, alles ganz neu und hochwertig. Also allein, ich war früher da und ich bin erstmal im Badezimmer verschwunden, wie man das halt so macht. Und das war total stilvoll und sauber und irre modern und hochwertig. Das war das, ja, kann ich sagen. Also auch das Klo im Georg-Korsch-Museum, ein Besuch. Danke, Luis, für diese Empfehlung. Also, das Café ist ein bisschen teurer, glaube ich, ne? Ja. Nee, nicht günstig, aber toll. Also, die haben einen ganz tollen Käsekuchen, wirklich lecker tollen Kaffee. Haben auch so drei Leute an der Bar, die da bedienen und es ist wirklich alles super klein, die übereinander mit Englisch reden. Das ist so für mich so eine Insel des Hipstertums, wo dann auch Leute mit ihrem MacBook da rum sitzen und Kaffee trinken. Also, für mich eher ein Kaffee mit Museum. Nur, das Museum ist trotzdem sehr, sehr spannend und das Kaffee ist auch sehr, sehr toll. Wenn man in der Gegend ist, sehr schön. Am besten hungrig hingehen und dort Käsekuchen essen. Ja, und du erwähntest es gerade, ich will es nochmal genau heraufstechen. Die haben gerade diese Besonderheit mit Fokus auf Krosch-Reise nach Sowjetrussland, also Russland vor 100 Jahren. War ganz witzig, da ist er zu Kommentaren gefahren. Wir haben ja berichtet, da war 1922 die große Kommentaren mit der letzten, wo Lenin dabei war. Ja, da treffen sich ja alle Kommunisten zum Franchise-Treffen und hören halt, was in Moskau gepredigt wird, wie jetzt die Weltrevolution umzusetzen ist. Und Georg Krosch war Mitglied der KPD, als er hingefahren ist und ist nach der Reise wieder ausgetreten. Heißt es? Ich habe noch gelesen, es ist nicht ganz so sicher, ob er wirklich gebrochen hat mit der KPD oder ob er das nicht nur im Nachhinein verschönt gesagt hat. Ah, ich meine, wir haben noch aus seinen späteren Werken noch Wahlplakate für die KPD gefunden, die er designt hat, nach dieser Reise. Ja, und wir hatten uns erst, also in der Aufstellung haben wir uns gefragt, wie kann es sein, dass der ausgetreten ist, aber trotzdem noch so viel Propagandamaterial für die KPD erzeugt hat. Und er stand dann auch irgendwo anders geschrieben, dass man heutzutage sehr kritisch sein muss zu der Aussage, dass er wirklich dann aus der KPD, mit der KPD gebrochen hätte nach dieser Russland-Reise. Und es ist ganz toll gemacht, also die verlegen auch Bücher über sein Leben, die haben auch viele Bilder da, sind wirklich zwei Räume, Erwartungsmanagement, zwei Räume. Für wer Lust hat auf ein kleines Museum, der wird, ich war sehr zufrieden, weil ich mag so kleine Museen, man kann wirklich in jede Tiefe der Bilder einsteigen, jede Beilage in Ruhe durchliegen, man wird nicht so erschlagen. Und wenn es dazu noch guten Käsekuchen gibt, ist das ein Ausflug wert für mich. Ja, auf jeden Fall. Und es ist nicht so voll, tatsächlich. Also ich würde mir wünschen, dass es mehr besucht wird, aber tatsächlich ist es nicht so, wie, weiß ich nicht, ich gehe ins Museum, auf die Museumsinsel, um Nofretete zu sehen. Ich komme aber gar nicht dazu, also es ist ja eh nicht die echte Skulptur, die da steht, aber ich komme gar nicht dazu, mal wirklich mir das in Ruhe anzugucken, weil hinter mir schon die nächsten Touristen mit den Kameras da stehen und mich beiseite drängen. Und so Survival of the Fit, da wird es Albtraum mäßig. Ja, richtig. Das hat die Frage schon aus. Ich würde dafür auch nicht nach Berlin fahren wollen, wenn ich aber schon mal hier bin, aus irgendwelchen Gründen, ist das cool. Und vor allem, wenn man zufällig am Bülow-Platz ist und sich denkt, ach du Scheiße, dann geht da bitte hin. Ich brauche ein sauberes Klo, dann Geograusch-Museum. Gut. Wir haben auch noch Mails bekommen, Luis, in unserer Pause. Genau, und zwar zwei Stück. Ich habe eine vom Axel bekommen. Vielen Dank, Axel. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich melde mich, wenn ich in den genannten zwei Steffen mal bin. Ich muss ehrlich sein, das passiert nicht häufig, aber wenn, dann würde ich mich sehr, sehr gerne melden. Besonders auf das in der Mail angebrochene Trüffelschwein würde ich mich freuen. Ja, also Luis wurde auf Bier eingeladen. Ja, das, ja. Aber wir haben noch eine andere Folge, eine andere Folge meine ich, eine andere Mail bekommen. Wir haben irgendwann mal im September 1917, im September 2017, über September 1917 gesprochen und da gab es eine Folge, in der wir uns gewundert haben, ob Pferde wirklich so viel Körnerfutter bekommen, nämlich 1,5 Kilo. Und da haben wir eine Mail bekommen. Ich habe leider nicht mitbekommen, welchen Namen ich jetzt hier sagen darf. Gar keinen sage ich jetzt. Und dort steht drin in der Mail, dass das Hottehü einer Freundin auch 1,5 Kilo Körnerfutter am Tag bekommt. Zusätzlich noch Heu und Wiese und so, aber hauptsächlich die 1,5 Kilo. Wir waren anscheinend in der Folge so verwundert, ob das reicht. Und jetzt wissen wir es, Luis, wir können endlich in Ruhe schlafen. Aber interessant, weil so ein Pferd, ich möchte nichts Falsches sagen, ist relativ massig. Das erscheint mir immer noch sehr wenig Essen. Nur, ich glaube ihm, dass das stimmt. Aber das heißt, wenn du am Tag 1,5 Kilo Körnerfutter plus Heu und Wiese frisst, dann wärst du vielleicht auch so massig wie ein Pferd. Wäre ich denn zum Pferd. Tja, gut. Ein Experiment, über das wir euch dann in der nächsten Folge aufklären werden. Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Und dann, Steffen, haben wir den Witz verpasst aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ah ja, stimmt. Du hast immer einen Witz von vor 100 Jahren. Genau. Und der Witz stammt aus der Wiener Zeitbilder. Das ist so eine etwas bunte, schöner gemachte Beilage aus der Tageszeitung aus Berlin. 100 Jahre alt. Und der Witz lautet, wir werden den genaue Ausgaben und alles verlinken, in der Folgenbeschreibung, für die, die nachgucken wollen. Zitat. Der pünktliche Zahler. Zahler? Ja, der pünktliche Zahler. Im Sinn von bezahlen. Pünktliche Zahler. Witz aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ja. Du willst schon wieder bummeln gehen? Du weißt doch, die nächste Woche wird die Miete fällig. Ach, bis dahin werde ich schon wieder zu Hause sein. Und mit diesem Kracher entlassen wir euch in die Werbung von vor 100 Jahren und danach in die Themen von vor 100 Jahren. Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.03.1923. Wertheim präsentiert. Außergewöhnliche Angebote. Damen Halbschuhe, Schwarz, Schiffro, Gautier, 24.500 Mark. Herren Schnürschuhe, Schwarz, Gautier, 37.500 Mark. Herrenhüte, moderne weiche Form und Farben mit kleinen Fehlern, 7.800 Mark. Hermann Tietz präsentiert billige Lebensmittel, Weizenmehl das Pfund 690 Mark, Speisekartoffeln das Pfund 50 Mark, ein Pfund gehacktes 2.600 Mark und Tafelmargarine für 2.900 Mark das Pfund. Es folgt eine Stellenausschreibung. Führender Exportzeitschriftenverlag sucht zum sofortigen Antritt ein Übersetzer für Portugiesisch. Bewerber müssen die Sprache in Wort und Schrift vollkommen beherrschen und ganz besonders in den technischen Bezeichnungen durchaus firm sein. Bevorzugt werden Ingenieure oder Kaufleute, die langjährige Tätigkeit im portugiesischen Sprachgebiet nachweisen können oder im Sprachgebiet geboren sind. Angebote mit ausführlichen Angaben, Zeugnissen und Ansprüchen unter JB 22890 an Rudolf Mosse, Berlin. Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Ja, Luis, wir haben geordnet, sortiert und sind dabei beim Ruhrkampf gelandet, dass das unser erstes Thema ist. Das ist unser großes Thema für die Folge. Ich habe hier so ein paar Bücher aufgestapelt. Ich bin beim Luis und ich sehe hier drei Stresemann-Bücher, ein Chronikbuch und ein fettes Harry Graf-Kessler-Buch. Ja, so muss das sein. Ich habe nämlich in meiner Elternzeit ein Antiquariat, Gustavs Stresemanns Vermächtnis der Nachlass in drei Bänden gefunden. Und beginnt auch gleich mit dem Ruhrkrieg, ist eine Ausgabe von 1932. Das sind drei dicke Bände, die sich nur mit seinem Leben zwischen 1923 und 1929 bis zu seinem Tod beschäftigen. Gustavs Stresemann, ein haarloser Mann, der später dieses Jahr Reichskanzler wird und danach als Außenminister aktiv war, Friedensnobelpreisträger, ein bestimmender Mann der 20er Jahre für das Deutsche Reich. Ja, spannende Figur. Ich habe auch schon die ersten Bezüge hier im Chronikbuch gesehen und finde es sehr gut, dass du deine Elternzeit genutzt hast, Luis, auch was Sinnvolles gemacht hast. Nicht nur auf dein Kind aufgepasst, sondern auch für vor 100, die du recherchiert hast. Ja, ich hatte lange Reise in Asien und hatte dieses 90 Jahre alte Vermächtnisbuch von Stresemann dabei und da schön drumherum gelesen. Irgendwann bekam ich ein Bild von Luis, da sah man das Buch Stresemann im Bett und der schickte mir zurück mit Stresemann im Bett. Ja, gut. Dieses Vermächtnisbuch hat nicht nur, lass uns einsteigen, nicht nur sozusagen für den Fan von Stresemann, alles was man haben würde, sind abgedruckte Briefe und Reden und Zeitungsbeiträge von ihm. Der Mann war sehr, sehr produktiv. Es sind auch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Faximilien dabei oder Faximilie. Also, das sind so reproduzierte Schriftstücke und das erste ist ein Personalausweis mit Stresemannsbild, unverwechselbar, sehr proper gebauter Mann. Bei Gestalt steht kräftig drin. Ja, bei Gestalt steht auch kräftig drin, 44 Jahre alt, Geburtsort Dortmund, geboren 1878 und mit einem Stempel vom Polizeipräsidenten in Dortmund, 26. Februar 1923. Aber es ist Stresemannsbild, es sieht aus wie Stresemann, es ist Stresemann, aber es steht nicht Stresemann drauf. Hier steht Familienname Erlenkamp, Vorname Friedrich, Staatsangehörigkeit Preußen. Ja. Ich glaube, also dieser Nachname Erlenkamp ist wahrscheinlich auch eine Anspielung an den Erlenkönig. Das weiß ich sogar gar nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Jedenfalls, damals war ja das Ruhrgebiet von den Franzosen besetzt und es war Angehörigen die Regierung verboten, das Ruhrgebiet zu besuchen und deswegen hatte Stresemann, er war damals schon in der Regierung aktiv, einen gefälschten Ausweis und er ist halt gereist in das Ruhrgebiet und hat dort auch eine Rede gehalten, die ich sehr spannend fand. Eine Rede in Dortmund, wo er mit diesem gefälschten Personalausweis eingereist ist. Ja. Und worum geht es da? Was erzählt er da? Und zwar die Rede fand ich ganz gut. Zu Stresemann sollte man, also für mich, ich habe mich auch mit seiner Biografie beschäftigt, er wurde von seiner Mutter immer Traumjörg genannt, war ein verträumter Mensch. Was Traumjörg? Ja. Traumjörg. Ist sein Kosename seiner Mutter. Er erfährt man, wenn man sein Vermächtnis besitzt. Ja. Also, so ist das halt. Das wird diese 1-Million-Euro-Frage sein, liebe Zeitreisende, die ihr bei Günther ja auch gestellt bekommt. Und ihr dürft uns dann gerne danken, wenn ihr das beantworten könnt. Das ist der Traumjörg, der Traumjörg. Ein verträumter Junge. Und was war Stresemann für ein Politiker? Also, wie gesagt, er war Friedens- und Nobelpreisträger. Ich habe eigentlich eine positive Wahrnehmung von ihm jetzt gehabt. Er steht auf dem Boden der freiheitlichen, demokratischen Ordnung, der Weimarer Republik. Er ist politisch gesehen konservativ wirtschaftsliberal. Er hat sich in Sachsen hervorgetan, indem er halt Lobbyarbeit für die Industrie gemacht hat und die organisiert hat und stark gemacht hat. Und sehr nah der Wirtschaft, sehr liberal und glaubt halt auch, dass du kommst später viel über die Kooperation der Industrie machen zu können, um einen Frieden in Europa beizuführen. Ich habe ihn abgestempelt unter, hat Annäherung an Frankreich so in die Wege geleitet. Genau. Dafür gab es auch später einen Friedens- und Nobelpreisträger. Es ist also kein Sozialdemokrat, auch kein Kommunist. Er ist, wie gesagt, er lehnt jegliches Volkische rassistisch ab. Er war begeisterter Befürworter des Großen Weltkrieges. Also er ist sehr, sehr stolz auf seine Heimat, auf seine Nation. Das muss man zu ihm sagen und verstehen. Das war in der damaligen Zeit normal. Wirkt aus heutiger Zeit manchmal etwas befremdlich. Also ich würde nicht immer alles unterschreiben, was er sagt. Er war… Nicht gut. Also ja, definitiv. Genau, das… So viel als Disclaimer. Richtig. Also Tresemann ist ein Mensch, der vor 100 Jahren lebte. Richtig. Wir müssen nicht alles gut finden, was er so sagt. Du wirst jetzt in den nächsten Folgen sehr, sehr vieles zitieren aus seinem Buch. Richtig. Wir stehen nicht hinter dem Wortlaut dahinter, auch nicht hinter jeder Meinung. Aber wir müssen ihn natürlich rannehmen, weil er auch eine sehr bedeutende Person ist vor 100 Jahren. Richtig. Aber Tresemann gehört schon unterm Strich. Er hat Licht und Schatten zur guten Seite der Macht für mich persönlich. Okay, gut. Er gehört jetzt so Richtung Jedis ist er ja. Nicht Richtung Syslord. Okay. Korrekt. Und er hat eine Rede gehalten in Dortmund und ich möchte jetzt zwei Reden vorstellen. Das sind zwei Positionen, die aus meiner Sicht gegenüberstehen über den Ruhrkampf, die ich beide richtig spannend finde. Weil Ruhrkampf, wir erinnern uns, die Franzosen sind ins Ruhrgebiet einmarschiert und in zwei, drei Sätzen formuliert, hat die deutsche Regierung zum Generalstreik aufgerufen, zum faszischen Widerstand aufgerufen, versucht jegliche Schäden, die entstehen, zu übernehmen. Also wenn du als Beamter ausgewiesen wirst, weil du der Franzosen, der Alliierten nicht gehorchst, dann kriegst du trotzdem ein Gehälter bezahlt und die streikenden Arbeiter kriegen auch ihr Gehälter bezahlt und das trägt auch zur Inflation bei erheblichem Maße. Das ist die Situation, in der wir jetzt haben und jetzt müssen wir, ist halt Stresemann nach Dortmund gereist und sein Ziel als dritte Regierung, er ist auch ein großer Anhänger im Februar, 23 war das, genau, am 21. Februar, 23 war er noch Anhänger von dieser passiven Widerstandspolitik. Das heißt auch, sein Ziel dieser Rede ist, das muss man glaube ich wissen, ist es, die Arbeiter zum Widerstand zu überreden. Das, bevor ich jetzt anfange, das vorzulesen. Okay, dann fangen wir an. Ja, lange Rede, genau. Zitat aus seiner Rede in Dortmund vom 21. Februar 1923. Im Weltkrieg wurden Flugblätter abgeworfen, in denen den deutschen Soldaten klargemacht werden sollte, dass sie für eine ungerechte Sache kämpfen. Das haben viele geglaubt. Sie schenken den falschen Vorspiegelungen Gehör, dass die Feinde nicht gegen das deutsche Volk kämpfen, sondern für die Demokratie, die von uns unerträglichen Druck uns befreien sollte. Sie glaubten der Versicherung, dass die Feinde, nachdem wir unsere Staatsform geändert haben, uns die Hand reichen würden, ohne dass es nach Wilsen Sieger und Besiegte geben würde. Die Feinde sprachen von Gewährung des Selbstbestimmungsrechts, von einer gerechten Entscheidung über die Kolonien. Die ganze Welt, so behaupten sie, sei in Unruhe und Gärung, weil der Abdruck des deutschen Militarismus auf ihr lastet. Erster Teil der Rede und jetzt geht es weiter und ich glaube, das spiegelt eine Haltung von vielen damaligen Zeitgenossen wieder. Was aber ist geworden? Ist die Welt vom Abdruck des Militarismus befreit, nachdem es keine deutsche Armee mehr gibt? Ist abgerüstet worden, nachdem Deutschland seine Waffen ausgeliefert hat? Viele haben gesagt, dass es Unrecht war, U-Boote zu bauen und damit feindliche Schiffe in den Grund zu bohren, bauen aber nicht andere U-Boote, nachdem sie uns deren Bau verboten haben? Rühmen sich die anderen nicht, dass sie ihre Luftflotte ins Ungemessene vermehren und unübertrefflich wirkungsvolle Explosivstoffe herstellen? Nicht zur kulturellen Heranbildung der Menschheit ist all dies für wahr geschaffen. All dessen, was sie uns vorwarfen, es sei gegen die Menschheit gerichtet, bedienen sie sich heute. Alles war Lug und Trug, was sie uns vorgeredet haben. Wir waren Toren, dass wir uns nicht die Ohren mit Wachs verstopften, sondern auf die Sirenenklänge hörten und die Waffen niederlegten, bevor der Frieden geschlossen war. Wer unser Recht und unsere Freiheit nicht antastete, hatte Deutschland nicht zu fürchten und wird in aller Zukunft nicht zu fürchten brauchen. Diejenigen Mächte, die dem Frieden von Versailles unterschrieben und uns veranlasst haben, unsere Waffen niederzulegen, sind daher moralisch verantwortlich für die heutigen Zustände in Deutschland. Boah, ich kriege gleich das Kotzen. Ja, also ich habe es aber bewusst ausgewählt, weil man das von den friedlichsten Weltpreisträgern auch halt Stresemann, ich meine, man muss überlegen, was damals in der Politik so los war. Das ist jemand, der ist Demokrat, der ist für die Republik. Ich finde, dass da ganz, ganz viel geschönt wird und ein richtiges Licht und eine Mimimi-Haltung man sich stellt, von wegen, wir waren damals im Weltkrieg und haben uns darauf eingelassen, auf den Frieden, weil es ja eine gute Idee mit tollen Bedingungen war. Was man aber mal vergisst, ist dieses Angebot von Wilson, auf das er ja da referenziert, mit diesen Selbstbestimmungsrechten und so, das hat er ja schon eine ganze Weile da verkündet. Und erst als es für die Deutschen sichtlich nicht mehr zu gewinnen gab, haben sie gesagt, ach, da war doch mal dieser 14-Punkte-Plan von Wilson, den fanden wir ganz gut, können wir vielleicht doch Frieden machen und diese 14 Punkte, ja, die hätten wir gerne. Mein Beispiel ist immer, das ist ein sehr gutes Beispiel, in die gleiche Richtung geht für mich, die Deutschen haben ja einen Friedensvertrag mit dem zaristischen Russland geschlossen, der Frieden von Presley-Tosk und der war ähnlich schlimm oder noch schlimmer wie der Vertrag von Versailles. Die hätten das genauso gemacht, wenn sie gekonnt hätten. Das klingt ja so, als ob das Deutsche Reich damals kapituliert hätte, weil sie gerne an eine schönere, bessere Welt appelliert hätten ohne Waffen, was ja überhaupt nicht der Fall war damals. Ja, und ich habe das in die Rede ausgehört, weil die hat mich echt gemacht. Damit hätte ich nicht gedacht. Und die nächste Rede, die ist von einer wirklich erheblich kontroverseren Figur, und zwar Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, angeklagt in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, wurde nicht verurteilt aus gesundheitlichen Gründen. Also ich denke mal, Krupp im Zweiten Weltkrieg, Zwangsarbeit, Außenlager von KZ, vier Dreck am Stecken. Und den hat natürlich Harald Graf Kessler besucht, weil dazu kamen wir später in der Folge. Harald Graf Kessler war natürlich auch im Ruhrgebiet vor 100 Jahren und war auch bei Gustav Krupp von Bohlen und Halbach der Ruhrbaron, dessen Arbeiter jetzt streiken. Ganz kurz, ich glaube, wir haben auch teilweise Zeitreisende, die uns heute zum ersten Mal hören. Das könnte nämlich sein. Ich habe unseren Podcast etwas beworben. Ganz kurz, Harald Graf Kessler, das ist die Person, du hast ja vor Jahren mal das Tagebuch geholt, und das ist so eine Person quasi, der James Bond vor 100 Jahren auf diplomatischem Wege. Und mit einer Mischung aus Forrest Gump, der schafft es immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, der aus heutiger Sicht spannend ist. Deswegen ist sein Tagewerk wertvoller als andere, weil er halt die richtigen Leute kannte, unter anderem Einstein, oder halt jetzt eine Unterhaltung mit Gustav Krupp von Bohlen und Halbach hat über seine Meinung. Weil ich finde da die Perspektive von Ines, einer der größten Arbeitgeber der Region, spannend auf diesen Ruhrkampf. Und die habe ich hier in der Version von Harald Graf Kessler. Da liegt aber auch eine Grenze. Es ist sein Tagewerk für sich selber geschrieben. Das muss man natürlich regelmäßig kritisch hinterfragen. Natürlich. Harald Graf Kessler findet sich immer ganz, ganz gut. Ja, das ist sehr, sehr, natürlich hoch selektiv und hoch persönlich. Wir hatten auch schon tolle Passagen, wo er Albert Einstein Tipps zur Relativitätstheorie gegeben hat. Selbstverständlich, ja. Aber damit ist alles so Harald Graf Kessler gesagt. Ja. Und der hat sich jetzt mit Krupp getroffen und Krupp hat auch jetzt eine andere Meinung dazu. Genau. Und jetzt ist es quasi die Meinung von Gustav Krupp von Bohlen und Halbach zum Ruhrkampf. Fand ich persönlich sehr interessant und zwar Zitat. Seine Ausführungen waren sehr vernünftig. Seine Ausführung ist halt Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, wie sie sich für seine Stellung gezielten. Er sei der Ansicht und habe diese auch neulich Kuno, der aktuelle Reichskanzler, zum Ausdruck gebracht, dass die deutsche Regierung schon längst wieder ein aktives Angebot an Frankreich in der Reparationsfrage hätte machen müssen. Sie sei viel zu passiv gewesen. Der passive Widerstand sei nötig und müsse energisch durchgeführt werden. Aber die Regierung müsse sich darüber klar sein, dass es nur eine Fassade sein dürfe, hinter der etwas vorgehen, Verhandlungsmöglichkeiten gesucht werden müssen. Die Gefahr nationalistischer Ausschreitungen sei da. 80% der Arbeiter seien nationalistisch. Es wäre ein leichtes, sie zu Ausschreitungen gegen die Franzosen hinzureißen. Und tatsächlich würde es diesen Arbeitermassen auch nicht schwer werden, die Franzosen, die hier sind, zu entwaffnen und hinauszuschmeißen. Aber nach 14 Tagen würde dann das Industriegebiet aufgehört haben zu existieren. Die Franzosen hätten ein Recht auf den Wiederaufbau ihrer verwüsteten Gebiete. Man brauche über die Kriegsschuld gar nicht hin und her zu streiten. Die Tatsache ist, dass Frankreich Kriegsschauplatz sei und verwüstet worden sei. Und dass daher ganz Europa ein Interesse an der Wiederinstandsetzung des Kriegsschauplatzes habe. Die Franzosen machen nur den Fehler, dass sie glauben, sie könnten sofort Bargeld in Deutschland bekommen. Sie müssten einsehen, dass Deutschland sich erst erholen müsse. Das finde ich erstaunlich reflektiert wiederum. Ja, das hat mich sehr überrascht. Das hätte ich Gustav Krupp von Bohlen und Heiberg nicht zugetraut. Ja, tatsächlich. Also hättest du jetzt nicht gesagt, welche Worte von welcher Person wäre ich jetzt genau andersherum. Ich auch. Friede ist ein Weltpreisträger. Wirklich ein historisch nachgewiesener Demokrat. Antivölkisch und halt Krupp von Bohlen Heiberg vor dem Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg. Privatmeinung zu Recht. Völlig zu Recht. Am richtigen Platz sitzt er da. Ja. Ja. Wow. Interessant. Also stark. Und auch das ist für mich, deswegen habe ich für mich damit anfangen, das sind die beiden Positionen aus deutscher Sicht, diesen Ruhrkampf. Haben die pathos moralisches Recht? Ja. Nein. Privatmeinung? Ja. Ist dieser Ruhrkampf eine schlaue Vorgehensweise? Ist das das Richtige? Und da streiten sich die Geister. Auch Harald Graf Kessler stimmt dem Anfang zu, wie auch Stresemann. Ich finde aber zu sagen, dass das nicht ausreicht. Das ist halt kein endloser Zustand, weil halt die Deutschen zahlen ja, diese riesigen Geld mehr hängen, um diese Millionen Leute zu bezahlen, die nicht arbeiten. Dieser Widerstand, der macht ja das Land kaputt. Die Franzosen kriegen schon auch nicht das, was sie wollen. Nur das ist ja keine Lösung. Das ist Verschlimmerung des Problems. Und das ist die Situation von vor 100 Jahren, die wir gerade haben. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal an dem Krupp zustimmen würde. Ja. Okay. Und dann mal wieder dazu. Ja, vielleicht kommen wir nochmal so ein bisschen zum Ruhrkampf. Wäre das okay für dich? Ja, genau. Du hast ja, also wir haben so eine kleine Aufteilung. Und ich habe zu Luis gesagt, du machst einfach den Ruhrkampf, weil du kannst das einfach besser vermitteln. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber wir haben unsere Aufteilung und jeder macht das, was ihnen noch mehr Spaß macht. Jeder hat so seinen Steckenpferd. Ja, das ist ja ein Hobby, ja. Was interessant ist, also Beamte, die halt, also die deutschen Beamte, die sind ja, die kriegen ein Verbot, zusammenzuarbeiten mit der Besatzung. Und die werden dann ausgewiesen, kriegen ihre Gehälte wieder. Die Franzosen sehen auch das Besatzungsgebiet aus. Ich habe das hier mal auf einer Karte, es kommt im Podcast nicht rüber. Aber es ist ein Riesengebiet, also von Saarbrücken im Süden bis Mainz im Osten bis Gelsenkirchen im Norden und Aachen im Westen. Ein großes Gebiet, was besetzt worden ist. Das sind wahrscheinlich 90 Prozent aller Bundesliga-Fußballvereine. Erstmal das. Und auch das letzte intakte Industrierevier Deutschlands, weil das andere war in Schlesien. Es wurde in zwei geteilt. Höchst so strategische Bedeutung. Es ist nicht irgendein Gebiet. Da bleibt nicht mehr viel, ja. Was ich auch interessant fahre, jetzt hier wieder eine höchst problematische Rede von jemandem, den ich eigentlich positiven Erinnerungen habe. Und zwar Friedrich Ebert, SPD, steht auch auf dem Boden der friedlich-demokratischen Ordnung der damaligen Zeit. Zitat, äußert sich in einer Rede in Darmstadt im Februar folgendermaßen zu einem Problem. Und das Problem ist, dass Marokkaner der Franzosen über Deutsche herrschen, aus seiner Sicht. Furchtbar. Zitat, absolut furchtbar. Also du meinst jetzt die Position von ihm. Ja, die Position von Friedrich Ebert ist absolut furchtbar. Zitat, dass die Verwendung farbiger Truppen niederster Kultur als Aufseher über eine Bevölkerung von der hohen geistigen und wirtschaftlichen Bedeutung der Rheinländer eine herausfordernde Verletzung der Gesetze der europäischen Zivilisation ist, sei auch hier erneut in die Welt hinausgerufen. Reichspräsident Friedrich Ebert, es gibt einen Platz nach ihm benannt in Berlin, SPD. Tolle Aussage. Ganz toll. Ja, es gibt ja auch in Berlin ganz, ganz viele Plätze, die jetzt gerade umbenannt werden. Es gibt zum Beispiel, Luis, ich habe ja mal bei der Seestraße gewohnt und da gab es im afrikanischen Viertel den Nachtigallplatz oder ich glaube Nachtigallstraße oder Nachtigallplatz, benannt nach dem Herrn Nachtigall. Kolonialherr, Übelster Sorte, ist jetzt auch umbenannt worden, da frage ich mich, ob man dann auch nochmal später so Diskussionen haben wird oder ob es sie vielleicht sogar schon gibt über Ebert, wenn man sich halt diesen Satz da rauspickt. Ja, meine ungefragte, von dir gerade ungefragte Meinung zu dem Problem. Ich frage dich nach deiner Meinung. Also für mich ist auch Friedrich Ebert jemand, der auf der guten Seite der Macht steht. Wie jeder Mensch hat er seine schlechten und seine guten Eigenschaften und deswegen muss man nicht gleich alles umbenennen. Nur, auch wenn das eine abartige und eine verdammungswürdige Aussage von ihm ist. Ja, ja. Wollte ich nochmal, möchte ich nochmal anmerken. Das ist ja dann im Nachhinein, das hat auch 100 Jahre, lassen wir das. Ich will nur sagen, wenn man diese Debatte anstoßen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein Argument von den Leuten, die für eine Umbenennung wären. Oh, zu Recht. Also das kann man noch nicht entschuldigen oder relativieren, das geht halt nicht. So. Ja, das wäre das. Dann gibt es, haben wir hier so ein Buch von vor 100 Jahren halt, wie das halt ist, wenn eine Riesenarmee einmal steht. Das sind Soldaten, das sind keine ausgebildeten Sozialarbeiter, das führt halt auch zu Todesfällen, Vergewaltigung der Bevölkerung. Das ist eine furchtbare Situation. Es gibt halt auch viele Läden, die halt schreiben, dass sie Franzosen und Belgier nichts mehr verkaufen würden. Da sagt HLK Kessler zu, dass er das für Quatsch hält. Das ist einfach Käse. Nationalistischer Wahnsinn, was keinen weiterhilft. Gleichzeitig sind halt auch die Verbrechen der Besatzungstruppen durch nichts zu entschuldigen. Und da passieren viele schlimme Dinge, die halt zeigen, dass diese Idee der Besatzung als solches hinterfragt werden sollte. Welchen Ziele sie eigentlich dient und wer jetzt davon eigentlich gewinnen soll. Ja, das ist einfach auf beiden Seiten schlecht. Ja, definitiv. Und dann habe ich noch für mich, wollte ich noch sagen, in den besetzten Gebieten wird durch die Besatzungstruppen ein Zeitungsverbot eingeführt und alle Medien werden stark zensiert. Das ist auch schon einmal so ein Effekt, den man dann ganz früh sieht. Sobald du merkst, hier ist Widerstand in der Bevölkerung, gleich erst mal Pressefreiheit einschränken. Und dann gibt es noch zwei Sachen. Einmal, es gab einen Vorfall bei den Kruppwerken. Wir hatten ja gerade Gustav von Kruppenboden-Halbach. Da kamen Besatzungstruppen ins Werk und wollten was zwangsfrequidieren, einen Lastwagen. Die Arbeiter hatten sich gewehrt und dann gab es so Zwischenfällen, wo 13 Arbeiter starben. Und das ist, glaube ich, wenn man halt so Daten irgendwo hinschickt, das sind keine Sozialarbeiter. Das ist genau das, was passiert, wenn man auf so eine blöde Idee kommt, da einfach einzumarschieren. Und Friedrich Eber, die haben wir wieder, er lässt eine Verordnung gegen Spionage und es ist strafbar, mit den Franzosen zusammenzuarbeiten. Und darauf steht Suchthaus, das ist nicht zu zehn Jahren. Das ist eine Verordnung gegen Spionage. Ich stelle mir auch echt schwierig vor, wenn du da in dem Gebiet auch wohnst. Du kämpfst um deine Existenz, weil es einfach gerade alles dem Bach runtergeht. Da gibt es halt Strömungen, für die kannst du nichts. Da kommen bewaffnete Soldaten in deine Region, die halten dir die Flinte vor das Gesicht. Du sollst denen jetzt hier weiterhelfen. Auf der anderen Seite hast du aber den Staat, in dem du eigentlich lebst, der dir verbietet, mit denen zusammenzuarbeiten. Sonst hast du zehn Jahre Zucht raus. Also in der Situation möchte man nicht stecken. Ich glaube, ich würde mich für die Person mit der Kanone vor dem Gesicht entscheiden. Ja, also da kommen wir auch später zu. Die Bevölkerung vor Ort ist halt die, die dann unterm Strich leidet. Und es gibt auch Gewinner. Zum Beispiel England ist ein Gewinner der ganzen Aktionen, weil jetzt aus dem Ruhrgebiet keine Kohle mehr kommt, weil die Arbeiter streiken. Und jetzt das Deutsche Reich mit ihrer Superwährung im internationalen Handel aus England Kohle einkauft. Also es gibt auch Krisengewinde. Ja, gibt es ja immer. Ja, und das ist dieser Ruhrkampf. Der wird uns noch die nächsten Monate begleiten. Und das ist halt, wir hatten ja diese sechs Krisen für das Jahr 2023. Und das ist auch dann so eine kasale Kette, weil jetzt halt auch die Inflation sich massiv verstärkt. Also Harikarp Kessler berichtet auch davon, dass halt 14-tägige Tarifverhandlungen viel zu lange dauern, dass halt dann die Währung schon völlig entwertet ist, wenn man nur alle zwei Wochen mehr Gehalt bekommt. Ja. Danke, Luis. Ich würde sagen, wir waren gerade schon im englischen Sektor. Also meintest du, dass die profitieren. Und wenn wir über England reden, dann können wir auch über Irland reden. Ja. Ein Steckenpferd von Steffen. Das ist ja so mein Lieblingsthema mit. Ich habe übrigens Steffen kennengelernt im Gymnasium als großer U2-Fan. Also du hattest immer deinen Irland-Bezug. Ja, wobei ich da nie war, ehrlich gesagt. Ich auch noch nicht. Aber ich habe in einem irischen Pub vor vier Wochen eine Reise nach Irland gewonnen. Ja. Und du kannst noch mal sagen, ich glaube, wir haben es schon mal erzählt, aber wie konnte man Lose kaufen? Man hat Bier gekauft. Und für Bier, also für drei Bier, hat man ein Los bekommen. Und Luis hat gewonnen am Ende. Wir waren zu zweit. Wir wussten nicht mehr zum Schluss, vor wem das Los war. Weil wir haben ja unsere Lose so zusammengetan. Aber wir wussten noch, dass wir gewonnen haben. Ja, würde mich mal dann interessieren, musst du jetzt hier nicht auf Aufnahme sagen, aber wie ihr das geschafft habt, euch dazu einigen, wer jetzt die Dublin-Reise bekommt. Wie das halt so ist, du bist ja in so einer Bar. Wir waren da wirklich sehr, sehr lange. Das hat ewig gedauert. Und man macht dann so einen Scherz. Wenn wir das jetzt gewinnen, dann dann. Und dann haben wir halt gesagt, wenn wir das jetzt gewinnen, dann fahren wir zu zweit, weil wir das nicht mehr wissen. Und dann kam das halt so. Und dann muss man das auch machen. Achso, aber ihr würdet natürlich auch noch, ich meine, du hast ja da auch so ein Kind. Ja, aber gut, also der andere auch, also auch beheiratet mit einem Kind. Das heißt, es gäbe halt nur zwei Szenarien, entweder zu zweit oder halt zu sechst. Deshalb hat man halt nicht das, das würde dann schon irgendwie ausgehen. Aber wir haben ja gesagt, dass wir die Reise auf jeden Fall zusammen antreten. Gut. Und dann die Frage über weiteren Anhang oder auch nicht ausgeschlossen. Aber vor allen Dingen, das war ein Riesending. Man rechnet damit ja nicht, dass man gewinnt. Der dritte Platz war so ein Guinness-Kühlschrank. Und die wollten wir bloß nicht haben. Was machst du? Und so ein ganz kleiner, so großer Schuhkarton, wo so zwei Dosen reinpassen. Okay, wir schweißen ab. Der würde dann mal auf Ebay landen. Aber ich berichte dann, ich werde dieses Jahr nach Irland fliegen. Wir haben einen Reisegutschein bekommen. Wir sind gerade in der Organisation und berichte dann. Steffen, du warst beurdernd. Ich habe mich auch immer geschämt, dass ich YouTube-Fan war, aber nie was so richtig über diese Konflikte da wusste. Deswegen habe ich mich dann irgendwann mal doch dafür interessiert und gelesen. Und jedes Mal, wenn ich hier im Chronikbuch Irland wieder finde, dann denke ich mir, das ist wieder mal ein Moment da, um in V100 über Irland zu reden. Unter anderem haben wir auch schon vor etwas mehr als einem Jahr auch schon mal über Irland geredet, als es um den anglo-irischen Vertrag ging. So, Luis, völlig unvorbereitet. Das war dieser Friedensvertrag, wo quasi die Irren mit Unzufrieden waren, angefangen haben, Bomben zu legen und die IAA entstanden ist. Oder die IAA dagegen war. Sinn Fein war dagegen. Ja, genau. Also es geht darum, dass man diesem Konflikt, gehört jetzt Irland zu Großbritannien oder nicht zu Großbritannien, zu England, zu nicht zu England und so weiter. Man möchte da ein bisschen Frieden reinbringen und geht auf die Forderung ein, ein einigermaßen selbstbestimmtes irisches Gebiet zu gründen. Und aber trotzdem noch auf dieser Insel einen Norden zu haben, der weiterhin protestantisch ist und auch zu England gehört. Aber alles gehört noch nominell zu England. Nur der heutige katholische Teil war autonom. Das war der Kompromiss, richtig? Teilweise autonom, ja, nicht ganz. Teilweise autonom. Und das führte halt zu der, also die Folge ist eine Spaltung in Nordirland und Irland. Und das, du hast schon gesagt, es gab diese Sinn Fein-Bewegung bzw. Partei, die komplett dagegen ist, weil das nicht weit genug ging. Genau, die heißen ja Wir sind Sinn Fein. Wir selbst. Wir selbst, genau. Und das führte dann dazu, dass im Juni letzten Jahres es ein Bürgerkrieg kommt, weil, naja, die es einfach nicht einsehen wollen. So, also das war ein Sprung in die jüngere Vergangenheit. Dann machen wir noch einen Sprung in die Zukunft, Luis. Und reisen in das Jahr 1998. Und da gibt es ein Karfreitagsabkommen. Falls du da schon mal vorgehört hast. Das hat den Konflikt beendet? Ja, beruhigt. Also mindestens den gewaltsamen Konflikt. Danach haben bis auf kleine Stritter kommen, hat die IAA ihre Waffen abgegeben. Denn es gibt nämlich die, auch schon seit den 1920er Jahren, dieses Momentum, dass eigentlich es zwischen Nordirland und Irland keine richtigen Grenzen geben sollte, zumindest im Personenverkehr. Das heißt, eigentlich hätte da immer jeder von A nach B rüberlaufen können. Nun gibt es aber diese Konflikte, die wir nannten. Und auch in den 70er Jahren spitzt sich das nochmal zu. Weshalb es dann letztendlich ja doch Grenzkontrollen gab. Also nicht nur im Warenverkehr, sondern auch im Personenverkehr. Und das Karfreitagsabkommen, das sorgte letztendlich wieder auch dafür, dass die Grenzen nach und nach gelockert werden. und es dann zu so einer Durchlässigkeit kommt, wie wir es eigentlich in den letzten Jahren gewohnt waren zwischen Nordirland und Irland. Und jetzt springen wir mal nochmal wieder zurück in die Zukunft von Punkt 1998 ausgesehen. Also Martin McFly mäßig. Und jetzt gibt es ja so einen Brexit, Luis. Genau. Und da gibt es ja, wie macht man das jetzt? Die hatten ja große Angst, dass die Konflikte wieder aufleben, wenn es wieder eine Grenze gibt. Ja, weil Nordirland gehört ja zu den Briten. Und Irland ist aber EU. Wie machst du das? Und du hast dann auf einmal wieder eine Grenze, die es eigentlich nicht geben darf, weil man sich darauf geeinigt hatte, dass es dort keine Grenzen mehr, Personen und so weiter gibt. Was ich wusste ist, halt im Brexit gab es so einen Kompromiss, dass halt die Sollgrenze zwischen Nordirland und England auf dem Meer liegt. Also dass man innerhalb von Irland halt freien Handelns- und Warenverkehr haben darf. Sobald man aber nach England, auf die Insel England, wo Schottland und Wales auch drauf ist, irgendwas hin- und zurückcheckt, da ist die Sollgrenze. Genau, darauf haben sie sich jetzt geeinigt. Ich glaube, das ist tatsächlich die mitbeste Lösung, die man so machen kann. Denke ich auch. Wenn du wirklich diesen ständlichen Brexit hast, dann was willst du machen? Also ich finde, es hat schon einen Grund, warum man so lange drüber debattiert hat, ob man doch wieder eine Grenze zwischen Nordirland und Irland macht oder nicht, weil es einfach über 100-jährigen Krieg da auf dieser Insel gab. Ja, bloß den Konflikt nicht wieder erstarken. Jetzt ist meine Frage, der Bezug vor 100, also wo, was ist da vor 100 Jahren passiert? Ja, der Bezug vor 100 Jahren ist, dass dieses anglo-irische, dass der anglo-irische Vertrag sich jetzt jährt. Und wenn sich etwas jährt, dann besinnt man sich ja wieder zurück, wie, was ist eigentlich in den letzten Jahren so alles passiert? Und da sah es das letzte halbe Jahr davon nicht gut aus, weil es einen Bürgerkrieg gab. Deswegen gibt es jetzt gerade einen Aufruf von den Politikern, diesen Bürgerkrieg bitte zu beenden und wieder für Frieden zu sorgen, wogegen sich aber auch De Valera, das ist ja dieser Anführer der St. Fein, sträubt. Wir kommen nochmal in ein oder zwei Folgen nochmal zu den Iren. Da wird De Valera nämlich verhaftet. Und das wirkt dann auch nochmal großen Sprengstoff geben. Also wir haben einen Bürgerkrieg in Irland, weil der vor allem hier ausgehandelte Kompromiss nicht akzeptiert wird. Weil Irland ist immer noch Teil von England und diese Talautonomie reicht den katholischen Süden nicht. Und deswegen ist der Konflikt immer noch am Schwellen. Und heute haben wir durch den Brexit eine Sondersituation und alle haben Angst, dass er nochmal aufbricht. Es wurde aber vor einigen Wochen, das habe ich in den Nachrichten gesehen, eine schriftliche Vereinbarung mit der EU erzeugt. Und diese Kompromisslösung mit der Grenze für den Warenverkehr im englischen Kanal ist festgehalten, ist eigentlich langfristig so vereinbart. Das war vorher nur so ein Provisorium. Ja, also tatsächlich glaube ich mit einer der realistischen Lösungen, die man gerade machen kann. Und endlich auf Papier, was Hoffnung gibt, dass dieses Fass, das man eigentlich mit dem Deckel zugestopft hat, nicht wieder aufgeht. Das wäre schön. Also Sophie nochmal, du hast deine Frage schon berechtigt, was hat das jetzt eigentlich mit der Sendung zu tun, aber es gab diesen Punkt in unserem Buch und ich fand es nochmal einen interessanten Bezug zu heute. Warum hat man das eigentlich so lange debattiert? Warum zieht man da nicht einfach die Grenze auf dem Festland? Danke, dass du das reingebracht hast. Genau, das wollte ich nochmal, ich hatte diese Meldung, die ist für mich untergegangen gewesen, dass jetzt quasi dieser Jahrestag ist und aufgerufen wird, endlich Frieden zu haben, aber das gar nicht danach aussieht. Auch ein Beispiel vielleicht, wo man nochmal zeigt, dass die Welt heute doch viel, viel besser ist als die früher. Früher waren nicht immer mehr Lamette. Das stimmt. Und so sind zumindest auf dem Land für Personen weiterhin die Grenzen noch etwas durchsichtig. Apropos durchsichtig. Wir kommen noch zu einem weiteren Thema, denn wer für Durchsichtigkeit gesorgt hat, das war Wilhelm Konrad Röntgen. Röntgen, genau. Röntgen. Nobelpreis für Physik und der ist leider gestorben. Wir werden den Necrolog am Ende des Jahres auch nochmal haben. Er starb im Alter von 70 Jahren in München und er hat durch Zufall Strahlen entdeckt, die körperdurchdringende Eigenschaften haben. Und er hat eine Hand in der Nähe eines geladenen Rohres bewegt und dann ein Skelett auf dem dahinter stehenden Pappschirm gesehen und gesagt, das ist eine Idee, das braucht man. Heuriker. Heuriker. Und zu Recht. Wilhelm Röntgen, leider gestorben. Ein großer Geist und große Verdienste für die Menschheit. Ja, mit 77 ist er gestorben. Interessanterweise habe ich festgestellt, wir haben denselben Geburtstag. Also nicht dasselbe Geburtsjahr, aber denselben Geburtstag. Und... Wer denn? In der Röntgen und ich. Der starb am 10. Februar? Geburtstag, nicht Todestag. Okay, ja. Nämlich den 27.03. Okay, gut. Kann man wieder nachgucken. Ja. Geschenke bitte an. Lange Leitung habe ich gerade gehabt. Ich merke schon, du hast mich angesehen wie ein Auto. Ja, genau. Ja. Und ich dachte mir, ich gucke mal, was der Röntgen eigentlich so gemacht hat. Und da fand ich, das sind so ein paar Fakten. Ich habe das jetzt alles nur von Wikipedia, muss ich zugeben. Da sagt man wieder, aha, oho. Wusstest du, Luis, dass er von der Schule, wo er auch sein Abitur machen wollte, dass er da von der Schule geflogen ist und keinen Abschluss hatte? Das wusste ich nicht, aber das finde ich sehr sympathisch. Ja, jetzt musst du sagen, aha, oho. Oha, oho. Also, weißt du mal, wer mit Müller sitzt? Ja, ich weiß. Welchen Abschluss hat Wilhelm Röntgen? Sag ich, keinen. Achso, ich dachte, mit wem hat er den selben Geburtstag? Achso, ja. Dann sag ich, ja, Steffen. Wer ist Steffen? Ja, der Steffen. Also, 1888 kam er denn nach Würzburg, der ist übrigens aufgewachsen in Appendorf, also in den Niederlanden, ist dann nach Würzburg gekommen, 1888, Appeldorn, da ist er aufgewachsen. Sehr holländisch. Und er ist ein gepflegter Bartträger. Ja. Und seine Frau ist auch sehr bekannt, Anna-Beater Ludwig. Hast du eine Vorstellung, warum? Nein. Und zwar existiert von ihr eines der ersten Bilder einer Röntgenaufnahme. Da sieht man nämlich ihre Hand mit dem Ring am Finger. Das ist auch sehr romantisch. Ja. Ja, sehr schön. Von Strahlenschutz wussten die damals noch nicht so viel. Im Nachhinein war das vielleicht nicht so romantisch, aber der Akt an sich, sie an der, also teilhaben zu lassen, schon. Ja, das freut mich sehr schön formuliert, Steffen. Ja. Der Röntgen war wohl auch ein sehr schüchterner, zurückhaltender Mann. Er hat seine entdeckten Strahlen als X-Rays, also X-Strahlung benannt. Und später wurde dann auf einer Versammlung, wo er das dann auch so nochmal vorgetragen hat, ganz trocken und ganz unaufgeregt, hat sich dann da aus dem Publikum jemand erhoben und gesagt, lasst uns die Strahlen Röntgenstrahlen nennen und nicht X-Strahlen. Und da gab es dann eine breite Zustimmung im Publikum, seitdem, das erklärt sich, warum es in Deutschland immer, warum man da immer von Röntgenstrahlen spricht, aber zum Beispiel in Amerika weiterhin von X-Rays, also X-Strahlen. Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Wusste ich auch noch nicht. Warum das eigentlich so ist. Stimmt, macht ja irgendwie Sinn. Zum Nobelpreis, Luis, hast du eine Ahnung, was der, also es ist ja klar, dass er dafür den Nobelpreis bekommen hat. Und weißt du, was die Besonderheit an diesem Nobelpreis für Physik war? Hat er 1901 bekommen? Ein Erster? Ja, genau. Okay. War aber gerade. Aber du hast es auch mir in den Mund gelegt mit dem Neues von 1. Ja. Er war der Erste, der den Nobelpreis für Physik bekommen hat. Ist auch. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wenn dann so ein Raum vor der Nobelpreisträger kommt und dann sagt, guten Tag, ich habe den Wirtschaft und ich habe Physik und dann sagst du, ja, auch Physik, aber den Ersten. Kann dir heute keiner mehr was. Da bist du selbst in den Raum gar nicht vor allem vor allem dabei, sage ich mal. Ja, oder du sagst, ich habe den Nobelpreis für Physik, dann sagst du, dem wurde ja nur einmal vergeben an Konrad Röntke. Dann sagst du, ja, das bin ich. Stimmt. Ich war eine Zeit lang noch der Einzige. Ein Jahr lang. Ja. Okay. Und dann noch etwas, wo wir heute schon über Gesinnung von den Leuten vor 100 Jahren sprachen. Es gab ja da diesen großen Weltkrieg, über den wir auch schon sprachen, 2014 über 1914. Und du kannst dich ja sicherlich doch daran erinnern, dass es teilweise eine sehr nationalistische Bewegung gab mit großer Zustimmung aus der Bevölkerung in einen Krieg zu ziehen mit den Worten, ja, bis Weihnachten sind wir auch wieder zu Hause und ja und ja. Genau, die sind ja dann vom Blumen überschüttet 1914 in die Züge gestiegen. Mit großer Begeisterung, lustigerweise in allen Nationen. Hat sich keiner Gedanken gemacht, dass es ja mindestens auch die Hälfte nicht zutreffen kann. Genau. Und dann musste sich das deutsche Heer sehr beeilen, denn es gab ja da diesen Schliefenplan. Korrekt. Es war eine große, große Hälfte. Der Plan war im Westen, den Krieg zu entscheiden, bevor im Osten der Russe kommt. Und um schnell in den Westen zu kommen, hatte man ja quasi so zwei Möglichkeiten. Eine davon war, über Belgien zu laufen. Über die Aden. Was ein Problem darstellte, denn Belgien war neutral. Neutral. So, das führte dann auch unter anderem dazu, dass dann auch England mit in den Weltkrieg einstieg. Und in Belgien, wir hatten eine Folge, das war eine der ersten 400 Folgen, da haben wir über den Rape of Belgium gesprochen. Ich glaube, irgendwas mit Schreibmaschinen war der Titel. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Und da haben wir die Propaganda behandelt. Ich bin gespannt, wo das jetzt hinfällt. Ja, ich weiß. Ich warte. Duis kritisiert immer, dass ich nicht zum Punkt komme, sondern immer so einen Megabogen mache. Alles gut. Und da ging es ja darum, dass letztendlich das deutsche Heer für sehr viel Verwüstung gesorgt hat dort in Belgien. Auch es wohl sehr viele zivile Opfer gab in der Bevölkerung. Und dann die Propaganda auch entstand von dem unzivilisierten Deutschen, der da die Belgier vergewaltigt und keine Kultur hat. Was so nicht stimmt, nur ein Angriffskrieg ist ein Angriffskrieg. Und dann darf man sich über schlechte Presse nur wirklich nicht beschweren. Man hat es verdient. Und ein Effekt, und deswegen erzähle ich das jetzt, weil es wieder einen Zug zu heute gibt. Da ist Krieg in einem anderen Land. Dort kommt es dann auf einmal dazu, dass sich Künstler melden und sagen, sie müssten etwas unterschreiben. Ein Manifest. Ja. Oder auch, besser gesagt, nicht nur Künstler, sondern Intellektuelle. Sogenannte Intellektuelle, bitte. Und Röntgen war Intellektueller. Ja. War sehr schlau. Und der hat tatsächlich sich auch bei einem Manifest dazu, also hat da seine Unterschrift dazu gesetzt. Und das, was er unterschrieben hat, war das Manifest der 93 Intellektuellen an die Kulturwelt. Und das war quasi so eine Art Aufruf, hey, wenn ihr uns hier darstellt als Kulturbanausen und Menschen ohne Seele, das stimmt nicht. Hier haben wir ein Manifest, was dagegen aufruft. Das war so quasi deren… Ich bin der erste Nobelpreisträger. Ich weiß, wovon ich rede. Und es gibt dann so ein paar, die haben, den Effekt sieht man auch heute, es gibt so ein paar Leute, die haben einfach ihre Unterschrift drunter gesetzt, weil sie sagten, ah ja, wenn der unterschreibt, unterschreibe ich da auch. Genau, ich bin der zweite Nobelpreisträger. Ich muss das machen, was der Erste macht. Und im Nachhinein haben sie sich das dann angeblich durchgelesen und gesagt, uh, das war gar nicht so gemeint, ich nehme das wieder zurück. Naja, also sowas ist ja bei erwachsenen Menschen, ich mag sowas nicht. Jemand, der seine Meinung dann so ändert, wenn nachweisbare Belege vorliegen. Und deswegen, es ist sehr kritisch, was da drin steht. Und Röntgen hat auch seine Unterschrift darunter gesetzt. Es fängt somit an, an die Kulturwelt, ein Aufruf. Und dann kommt ein bisschen Vorgeplänkel, dass sie sagen, was alles nicht wahr ist. Und dann gibt es hier so ein paar Thesen, die sie da so reinwerfen. Und jede These fängt mit an mit, es ist nicht wahr. Da steht unter anderem drin. Das ist die schlimmste. Das ist die schlimmste Lüge überhaupt bis jetzt in den ganzen Dingen. Oft genug haben selbst unsere Gegner dies anerkannt. Ja, dieser nämliche Kaiser, den sie jetzt einen Attila zu nennen wagen, ist jahrzehntelang wegen seiner unerschüttlichen Friedensliebe von ihnen verspottet worden. Deswegen ist er ja auch der Friedenskaiser. Immer gewesen. Ich denke nur an den Boxer oft dann. Aber gut. Erst als eine schon lange an den Grenzen lauernde Übermacht von drei Seiten über unser Volk her fiel, hat es sich erhoben wie ein Mann. Ja, vor allem auch her fiel. Eine Seite hat schon den ersten Schuss gemacht. Ja. Und dann kommt es noch weiter. Also man will nur mal bedenken, die Deutschen sind in Belgien einmarschiert und jetzt kommt hier die nächste These. Also wir sind dort einmarschiert, weil wir konnten ja nicht anders. Ja, das ist die gleiche Logik wie zu sagen, bestimmte Sexualstrechter sagen, ja die Kleidung oder sowas, wo man halt dann auch so denkt, nein, nein, bitte wegschließen, Schlüssel wegwerfen. Nein, er hat es nicht vielleicht noch schlimmer. Er hat was Schlimmes gemacht und das Schlimmste, er versteht sein Unrecht gar nicht, was er antut. Genau so die Logik. Es ist nicht nur das Unrecht, was getan wird, sondern das Schlimme ist, dass man das gar nicht irgendwie versteht, was man da eigentlich tut an Schlimmen. Also warum, wo das Problem bei einem Ankriegskrieg ist, dass das nicht anerkannt wird. Und ich will nicht alles voll lesen, wir können auch einen Link reinstellen, kann man sich selber nochmal durchlesen. Eine Sache möchte ich aber eher noch erwähnen. War da auch Thomas Mann dabei? Also Thomas Mann zum Beispiel war ja im ersten Krieg auch total dafür, Feuer und Flamme und am ersten zweiten ist er dann nach Kalifornien gegangen und hat da große Reden über den BBC an die Deutschen gesendet. Das weiß ich nicht, das können wir gleich nochmal gucken, ob das hier steht. Also jetzt wird hier gleich noch auf Löwen angesprochen. Löwen war eine Stadt, wo dann die Deutschen auch für Zerstörung gesorgt haben. Und das ist auch nachweislich so passiert. Also da ist die Propaganda wahr. Also ein Grund, warum dieses Manifest geschrieben wurde, war, dass sich die Unterzeichner empört haben, dass man so eine Propaganda über Deutschland macht. Und jetzt schreiben sie folgendes auch noch rein hier. Es ist nicht wahr, dass unsere Truppen brutal gegen Löwen gewütet haben. An einer rasenden Einwohnerschaft, die sie im Quartier heimtückisch überfiel, haben sie durch Beschießung eines Teils der Stadt schweren Herzens Vergeltung üben müssen. Der größte Teil von Löwen ist erhalten geblieben. Das berühmte Rathaus steht ganz ergänzlich unversehrt. Mit Selbstopferung haben unsere Soldaten es vor den Flammen bewacht. Sollten in diesem furchtbaren Kriege Kunstwerke zerstört worden sein oder noch zerstört werden, so würde jeder Deutsche es beklagen. Aber so wenig wir uns in der Liebe zur Kunst von irgendjemand übertreffen lassen, so entschieden lehnen wir es ab, die Erhaltung eines Kunstwerks mit einer deutschen Niederlage zu erkaufen. Mehr Propaganda kann man da gar nicht reinpacken. Nein. Also ich sage, Propaganda ist doof und antworte mit Propaganda. Ja. Also so, was soll denn das? Ja. Ein Quatsch. Also ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass er das unterschrieben hat. Ja, ähnliche Qualität für heutige Intellektuelle, die sich über den aktuellen Angriffskrieg äußern. Ähm, so, du wolltest jetzt Thomas Mann haben. War da der dabei? Ob der da dabei ist. Ich suche ihn mal. Man hat ja die Unterzeichner tatsächlich dargestellt. Nee, ich habe den hier nicht gefunden. Man spricht für ihn, für Thomas. Also Sophia, ich habe den Bogen lang überspitzt, aber das hat nochmal 100 Bezug und einen Bezug zu heute auch. Und es passt auch so ein Thema, dass eigentlich positiv besetzte Charaktere grenzfertige bis zu verachtende Ausführungen tätigen. Ja. Und um noch was zu seinem Ende zu erzählen, von Röntgen, 1919 starb seine Frau dann und wenig später, also jetzt 1923, starb er selber auch an Krebs. Das ist jetzt kein schönes Thema zum Absturz, aber ja, soviel zu Herrn Röntgen. Doch, also nicht sein Tod, nicht, aber sein Leben und sein Werk und seine Strahlen, bis auf sein Manifest, das Klammern war da raus, ein toller Mensch. Ja, also was ich nochmal mit, also erwähnenswert finde, ist halt dieses, er wurde von der Schule geschmissen, hat da keinen Abschluss gemacht. In dem Artikel da auf Wikipedia habe ich auch noch gelesen, dass er nicht sofort an die Hochschule gehen konnte, die er wollte, weil er halt keinen Abschluss hatte. Er hat es aber weiterhin noch auf anderem Wege probiert, hat es unter anderem irgendwann dann geschafft, sich irgendwo einzuschreiben, wo man nur nachweisen musste, dass man an einer Schule eingeschrieben war mal. Aber man musste keinen Abschluss nachweisen. Und so kam er halt weiter. Sehr sympathisch. Also, wenn man einen Traum hat, dann sollte man ihn leben und sich nicht unterbuttern lassen. Es sei denn, es ist ein schlechter Traum, dann lieber aufhören. Ja, also soviel zu Röntgen. Röntgen strahlen haben ja auch sehr viel mit Foto und Film zu tun, Luis. Ja, und Foto und Film sollten keine schlechten Träume sein. Interessanterweise, das sagt man ja auch immer, so in den 20er Jahren haben in der Weimarer Republik die Kultur und die Filmkunst, die hat geblüht. Und das ist auch wirklich so. Und da wollte ich nur einen Fakt beleuchten, der mir neu war, der ist mir in der Vorbereitung aufgefallen. Und zwar, die Inflation lässt den Film und damit den inländischen Film der Weimarer Republik florieren. Denn es lohnt sich erstmal für die US-Amerikaner nicht, ihre Filme in das Reich zu exportieren. Ich habe mich das nämlich gerade gefragt, als du sagst, es lässt florieren, dachte ich, hä, ist das nicht zu teuer? Weil, also, hat man denn nicht irgendwie andere Filme, die man billig einkaufen kann, anstatt das selber zu produzieren? Das ist ja teuer. Aber das ist natürlich ein Punkt. Ja, alles wird ja auch, die Inflation können mehr Sachen. Also, der inländische Markt, der ist erstmal sicher, der kann halt von einheimischen Filmen abgegrast werden. Und aufgrund der wirtschaftlichen Situation ist es möglich, mehr Experimente zu wagen. Also halt Filme zu produzieren, die künstlerisch mehr Gehalt haben, wo das Risiko, dass sie nicht genug Geld einbringen, gegeben ist, aber dann halt auch in die Kulturgeschichte eingehen, als mehr als der dritte, dreizehnte Rosamunde-Pilcher-Film. Boah, das ist natürlich auch schon, äh, also es klingt mir ein bisschen nach einer These, die man, die man später dazu, also aus, die nur aus einer späteren Bedeutungsweise kommen kann. Weil wenn ich in der Situation bin, dass da so eine hohe Inflation ist, dann sage ich ja nicht, äh, ihr könnt jetzt mal was mit Kultur machen, anstatt nochmal einen Rosamunde-Pilcher-Film zu machen. So hat es ja keiner gedacht. Es ist, ähm, halt zu den ganzen schlechten Elend ist es, äh, komischerweise für die Kunst eine nicht schlechte Ausgangssituation. Weil die haben mehr Freiheiten in dieser dramatischen Lage und sind geschützt von ausländischen Kulturgütern im Sinne von, dass sie sich nicht lohnen, der Vertrieb für die. Ja, genau, das finde ich auch einen krassen Punkt. Den habe ich noch nie gedacht, ja, stimmt. Das haben wir halt auch, Leute, das, ähm, fand ich interessant, ja. Darauf wollte ich nochmal eingehen, ja. Ja, ja, okay, also das heißt, in dieser Zeit ist der Film, der inländische deutsche Film so stark geworden und, äh, vielleicht, ja, das ist auch, das ist auch mit ein Grund, warum so viele deutsche Filme dann danach noch. Genau, in den 20er Jahren, Weimarer Republik ist ja bekannt, zur Rückkunst und Kultur, gab's nur in den großen Städten, auf dem Land war es echt duster und, äh, ein Faktor war die Inflation, die, äh, von außen die Importe verteuert hat. Ja. Eine kurze Nachricht noch, die ich eigentlich, ja, also, ich gebe es zu, die hatte keinen großen Mehrwert, aber ich fand sie sehr interessant, es mal zu erwähnen. Äh, über diese Meldung bin ich gestolpert und zwar, äh, 1918 hat ja auch der Bayerische König abgedankt und, äh, jetzt 1923, also fünf Jahre später, naja, nicht ganz auf dem Tag genau, aber fünf Jahre in etwa, wird nochmal über Entschädigungszahlungen an Ex-Bayern-Könige geredet. Das ist mir sympathisch, so Ex-Könige, die mit ihrem Staatsvermögen, was ihnen dann weggenommen wurde, irgendwie Entschädigungsklagen haben, sehr sympathisch, ja. Ähm, und es gibt jetzt im Bayerischen Landtag eine Abstimmung, bei der komischerweise die 26 Stimmen der Sozialdemokraten und Kommunisten dagegen sind, die anderen 92 aber dafür, den, die Ex-Könige, äh, zu entschädigen. Hm, das hätte man sonst keine Probleme. In der Inflation fallen. Ähm, und, äh, die, das Königshaus, der Wittelsbacher, die kriegen nochmal 50 Millionen Goldmark, das steht hier in dem Buch drin, das sind derzeit rund 250 Millionen Mark, also sind jetzt keine, ich weiß nicht, von wann ist das Buch, Luis, das ist von 87. Ähm, und ja, also das ist trotzdem ein ganzer Batzen Geld. Das sind irgendwie 250 Millionen Euro, wenn das 87, 250 Millionen D-Mark waren, dann kann man das mit Euros verdoppeln. 1 zu 1? Ja. Ja, also sehr, sehr viel Geld zumindest. Das ist immer sehr viel Geld. Ich hab mir jetzt nicht die Zeit genommen, das umzurechnen. Ähm, ja, und, äh, da kriegt dann auch, also der Bayerische König nochmal ordentlich Geld. Ja, äh, toll, für den, toll. Fakt. Ja, also das, finde ich, ist grober Unfug. Ja, sehr grober Unfug, klar, ich meine, verhungern sollte man die jetzt nicht lassen, das ehemalige Herrscherhaus, aber, ich meine, das sind ja doch alles, das Schloss, das ist ja alles Staatsvermögen, also das, ähm, und wenn du die Rolle nicht mehr hast, brauchst du auch dein Schloss nicht, ganz einfach. Ja. Privatmeinung. Ich meine, Harry Graf Kessler musste ja auch was von seinem, von seinem Zuhause 1918 oder 1919 auch abgeben. Ja. Also, wenn, ja, dann bitte auch alle. Ja, also, da, man kann mal von denen was wegnehmen, die auch haben, ne. Würde ich sagen, Harry Graf Kessler, kommen wir zum Harry Graf Kessler Teil. Genau. Ja, und zwar Harry Graf Kessler, ähm, der hat sehr, sehr viel zu schreiben gehabt, das kann ich sagen, das sind bald über 100 Seiten an seinem Tagebuch die letzten acht Wochen und, ähm, er wurde nämlich nach London geschickt. Oh, Louis, du hast, ähm, mal eine andere Sache, das ist schon wieder, das ist jetzt der erste Teil, das erste Buch wieder, was du anfängst. Ich glaube, nein, das ist das Richtige, 1919 und 1923. Achso, ach, du gehst jetzt vom Vorwort aber noch mit. Ja, ich gehe noch mit. Ah, okay, ich dachte, du hättest jetzt schon aus der Reihe das nächste Buch angefangen. Nein, das hätte ich schon noch gesagt. Wir müssen dieses Jahr Migration machen, ich kaufe mir das nächste Band, aber das ist noch. Migration, bitte. Ich habe noch ein paar hundert Seiten bis zum Sommer zu lesen, dann im Sommer ist wechselnd. Gut, okay. Ja. Richtig. Und zwar, also, Harry Graf Kessler wurde nach London geschickt. Und er wurde nicht Botschafter, das hatte ich letztes Mal, es war eine Falschmechanismäßung, sondern er wurde hingeschickt, um seine Kontakte zu nutzen für die Regierung. Und warum? Hinterkampf, Hintergrund ist der Ruhrkampf. Wir hatten ja berichtet, wir hatten diese Situation, die Franzosen haben das Ruhrgebiet genommen, erhoffen sich davon, wirtschaftliche Vorteile und halt die Reparation zu bekommen, die ihnen zusteht, aufgrund seiner Vertrags- und natürlich gleichzeitig eine langfristige Schwächung des Erzfeindes des Deutschen Reiches. Und jetzt gibt es die eine Sache, dass man sich halt sagt, okay, wir machen den passiven Widerstand. Und die andere Frage ist jetzt, was können wir jetzt tun? Wie können wir diesen Kampf beenden? Und da findet jetzt in London ein Kampf der Lobbyverbände statt. Die Franzosen haben ihre Leute vor Ort in London und die Deutschen schicken auch ihre Leute hin, um die Regierung zu beeinflussen, für eine der Seiten Partei zu ergreifen. Und auf der deutschen Seite ist im Team mit dabei, neben vielen anderen, das würde Harry K. zwar anders sehen, aber er ist mit in diesem Team mit drin, ist er, weil er einfach sich sehr, sehr gut auskennt und sehr, sehr gut vernetzt ist. Also James Bond, wie er lebt und lebt. Richtig. Hat er im Ersten Weltkrieg das auch in der Schweiz gemacht. Ja genau. Das sind wie das, derselbe Auftrag, nur anderes Land. Ja. Genau. Und die Hoffnung der deutschen Regierung ist, dass er die Einbeziehung weiterer Mächte es ermöglicht, Auswege zu finden. Und die Logik ist ja auch stechend, also die USA wären am einfachsten präsent, weil die könnten ja die Schulden erlassen, die die Engländer, der Franzosen bei den USA haben und dann hätten die ja weniger Schulden, bräuchten weniger Geld aus Deutschland, machen die Amerikaner aber nicht. Ja natürlich machen sie das nicht. Richtig. Die andere große Partei ist England, sie spekuliert zur Zeit auf Zeit, also sie macht nichts. Die britischen Rheintruppen, die sowieso schon da waren, es gab so ganz kleine Gebiete, die waren schon vorher besetzt auf Kultus-Versaia-Vertrages. Da waren die Franzosen, die Belgier, die Amerikaner, die Engländer und die Amerikaner haben aus Protest der Rubo-Setzung ihre Truppe zurückgezogen. Die Engländer lassen diese da und haben opportunistische Hoffnungen. Sie freuen sich eigentlich auch, wenn die Franzosen etwas wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen, weil es cool ist für die eigene Wirtschaft und können ihre eigene Kohle verkaufen in Deutschland, weil die deutsche Wirtschaft importieren muss. Zusätzlich fehlt die deutsche Kohle auf dem Weltmarkt, was Gutes für England. Und die Engländer sind gerade mit den Franzosen im Streit im griechisch-türkischen Konflikt. Da soll ja gerade ein türkischer Staat entstehen und die Franzosen und die Engländer, die buhlen da ein wenig um die Herrschaft um Istanbul herum. Genau. Und das Deutsche Reich versucht jetzt, Engländer zu bewegen, bei Frankreich darauf zu drängen, diese Besetzung zu beenden, schlicht und ergreifend. Weil mit guten Argumenten die Idee ist, die Meinung zu erzählen im Ober- und Unterhaus, dass die Besetzung Quatsch ist und keinen hilft. Und da gibt es offizielle Kontakte bei der deutschen Botschaft in London und inoffizielle. Und das macht Tariq Kessler unter anderem natürlich. Und der Harry Kraft Kessler bringt ins Spiel einen Vorschlag von dem amerikanischen Außenminister Charles Hughes. Das ist seine Idee, die er mal wieder ins Spiel bringt, dass man über eine unparteiische Kommission mit Fachleuten die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft feststellen lässt und dann über diese Kommission die Apparationszahlung abwickelt. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren schon sehr oft gehört, diesen Vorschlag. Der Außenminister, aktuell ist das Friedrich Hans von Rosenberg, hat Kessler am 19. Januar 23 gebeten, nach London zu fahren und ihn unteraglicht zu werden. Und es gibt Erfolge, also das berichten wir in den nächsten Monaten, aber es gibt hitzige Diskussionen im Unterhaus über die Ruhe Kommission. Und der zuständige Leiter des Auswärtigen Amtes, das ist Karl von Schubert, hat seine Tätigkeit als sehr nützlich und als eine sehr wichtige Ergänzung genannt. Das ist also beantwortlich doch sehr nützlich und als eine sehr wichtige Ergänzung. Ich wette das in Karl Karl Kessler anders. Das ist die Wahrnehmung vom Auswärtigen Amt. Ich kann auch schon mal vorwegnehmen, was quasi, was passiert. Also die Engländer haben eine hitzige Diskussion und sind gegen die Ruhe Besetzung, also nehmen eine dem Deutschen zugewandte Haltung ein. Und das geht dann daraus, dass in einer Oberhausrede der britische Außenminister die deutsche Regierung auffordert, ein Angebot an die Alliierten zu richten, um einen guten Willen zu demonstrieren. Und dieses Angebot ist aus Sicht, was dann auch kommt, ist sehr, sehr unmutig. Das wird quasi nur was angeboten, was schon angeboten wurde aus langer Zeit hinaus. Und dann fühlen sich die Engländer verbrellt und sagen sich, für wen setzen wir uns hier eigentlich ein und das Ganze läuft ins Nix. Also das ist quasi nur so ein Punkt, damit wir es offiziell gemacht haben, machen wir es. Richtig. Aber wir bieten nur an, was wir sowieso schon angeboten haben. Also da kommt dann auch nichts zurück, dass es für die Sache ausgeht. Und deswegen ist Harald Karl Kessler sehr, sehr viel unterwegs und schreibt hunderte von Seiten Tagebuchs. Und ich habe mir auch geschrieben, wo er hingefahren ist. Und zwar, er war in Paris am 15.01., das war der Stichtag der letzten Folge, ist drei Tage später nach Berlin und dann wieder vier Tage später zurück nach Duisburg, nach Holland, dann nach London. Und dann war er da eine Woche, dann ist er zurück nach Osnabrück gefahren, nach Essen, ist wieder ins Ruhrgebiet, da wo auch der Ruhrkampf war. Ja, dann ist er zurück nach Berlin, war da einen ganzen Monat und ist dann Ende Februar wieder nach London gefahren. Das waren seine Reisen. Kosmopolit. Ja, der Kosmopolit. Und das sind halt, wie gesagt, ich sag mal, welche Seiten das sind? Hier, und jetzt gehe ich mal an die Stelle, wo das dann aufhört. Das sind, genau, hier hat das Ganze auf. Das sind, ja, genau, das sind genau 610 Seiten. Ja, ich meine, wenn du da sehr viel auf Reisen bist und sehr viel im Zug sitzt, dann hast du auch Zeit zu schreiben. Ja, wo er halt seine Eindrücke schildert. Und ich habe jetzt vier Stellen rausgesucht, die ich kurz darstellen möchte, die ich ganz spannend fand. Und ich habe nur Stellen rausgesucht, die sich auf diesen Ruhrkampf beziehen. Auf diese Mission habe ich mich nicht drauf eingelassen, weil das habe ich jetzt über die Einleitung abgehandelt. Alles klar. Und jetzt kommt Ruhrkampf aus Sicht von Harry Graf Gessler. Genau, das ist ja unser Zeitzeuge, unser Influencer aus der Zeit von vor 100 Jahren. Man kann sich vorstellen, heute wäre das so ein Instagramer, der mit dem Handy rumreißt und so Eindrücke widerspiegelt. Und das gab es halt nicht, da gab es halt nur das Tagebuch. Und der ist für uns auf den Straßen. Also das sieht er natürlich anders, aber egal, deswegen. Er würde sich dann melden mit Hallo, liebe Cassis. Ja, jedenfalls 21. Januar 23. Zitat. Früh in Duisburg, also er reist gerade von Berlin aus nach England. Zitat. Früh im Schlafwagen beim Aufstehen erzählt der Schlafwagenkontrolleur, dass in Dortmund gestreikt wird. Wir es deshalb umfahren müssen. In Mengede, wo wir halten, ist Eisenbahnerstreik. Erst heißt es, wir können nicht nach Essen. Dann wieder, wir können doch nach Essen. In Herne erfahren wir, dass nur noch die Fernzüge durchgelassen werden. Andere Züge, Lokalzüge, Güterzüge verkehren nicht mehr. Ich entschließe mich, statt in Essen umzusteigen, nach Duisburg durchzufahren. Viele Reisende drängen sich an den Türen des Schlafwagens, um kurze Strecken mitzufahren, da gewöhnliche Züge nicht mehr verkehren. Die Arbeiterschaft im Ruhrgebiet heftig erregt, aber ratlos. Ein Teil, der größere Teil, sei für passive Resistenz ein anderer, kleinerer, für sofortigen Streik. Das war wenige Tage nach der U-Besetzung. Ein erster Eindruck? Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, wenn Du damals nicht die Möglichkeit hattest, in Dein Handy reinzuschauen, was jetzt eigentlich wie wo fährt und wie gerade die aktuelle Lage ist, in Informationen ranzukommen. Da musst Du ja auch ordentliches Gespür dafür gehabt haben müssen. Ja, das stimmt. Dann berichtet er, es gab im Rheinland separatistische Bewegungen und das ist doch eines der sechs Krisen des Jahres 1923. Und Harald Graf Kessler ist der Meinung, das wäre ein aussichtreiches Manöver, die Ausrufung einer rheinischen Republik durch die Franzosen. Das ist die Idee eines Pufferstaates, der halt quasi für Frieden sorgt und Deutschland schwächt. Das ist eine Idee aus Frankreich und halt aus einem Teil der Rheinländern für eine langfristige Friedensordnung in Europa. Da frage ich mich, wenn das wirklich damals nochmal passiert wäre, ob es diesen ominösen Staat heute noch gäbe? Man weiß es nicht. Das ist Rheinland vielleicht? Das ist eine große, also das passiert zum Ende des Jahres und da geht es dann später heiß her, als Konflikt. Wir fahren heute mal ins Rheinland. Ja. Dann am 30. dann ist er jetzt in Holland, er geht ins Reichsmuseum, berichtet, guckt sich Rembrandt die Nachtwache an, ist höchst bewegt. Ja, und zwar, der alte Rembrandt erreicht, was kaum einer unter den Dichtern und Malern fertigbringt. Obgleich es alle suchen, er verwirklicht vor unseren Augen eine Welt, die nicht bloß dem Äußeren, sondern auch dem Inneren Gesicht völlig entspricht. Eine Welt, wo Menschen und Dinge die Farben der Fantasie annehmen und doch völlig greifbar und wirklich bleiben. Das ist das Geheimnis des unerreichten Zaubers einer Farbe und seines Helddunkels. Ja, er bringt es fertig, im selben Bilde Dinge und Menschen, die ganz grob wirklich und äußerlich sind und solche, die in der Regenbogenatmosphäre der Fantasie schimmern, nebeneinander hinzumalen und so den Kontrast zwischen Fantasie und Wirklichkeit, zwischen Märchen und Wirklichkeit zum Objekt seiner Kunst zu machen. So in der Nachtwache, die Saskia mitten unter der aufziehenden Bürgerwehr. Da würde mich mal interessieren, wenn man Ihnen heute mal ein Bild zeigen würde von einer künstlichen Intelligenz gemalt, was er dazu sagen würde. Ich finde auch schön, so in der Nachtwache, die Saskia mitten in der aufziehenden Bürgerwehr. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich verstehe die mit schon nicht. Die Saskia mitten in der... Ja. Ja. Lieber Zeitreisende, schreibt uns das bitte an den Threads vor. Wenn ich jemand nach meiner Meinung zu irgendeinem Gegenstand fragt, sage ich auch, das ist die Saskia mitten in der aufziehenden Bürgerwehr. An dieser Stelle möchte ich Saskia grüßen. Ja, Saskia. Ja, viele Grüße. Das steht hier so drin. Oder wie schmeckt der Wein? Das ist die Saskia in der aufziehenden Bürgerwehr. Ja, aber es klingt positiv. Ja, also das kann man überall reinschreiben und es passt in den Duktus und es fällt nicht auf. Also, na. Genau. Am 30. Januar, also eine Woche später, fährt er wieder durchs Rheinland. Und Zitat. Ich finde ja spannend einfach, wie sich das anfühlt durch diesen Ruhekampf. Deswegen habe ich mir diese Stellen ausgesucht. Zitat. Neblige Überfahrt. Nachmittags um 2 Uhr in Osnabrück. Von Schwamm keine Nachricht. Züge, Verkehre nach Essen nicht. Wegen eines Autos verhandelt. Die Fahrer fordern pro Kilometer 1000 Mark. Nach Essen hin und zurück also rund 350.000 Mark. Aber für 5 Pfund bekam ich in Bentheim 800.000 Mark. In lauter 1000 Mark Scheinen. Also, das sind ja 800 Scheine. So viele Pakete, dass ich nicht wüsste, wo ich sie hinstecken sollte. Ja. Dann kommst du mit der Schubkarre an. Ja, so war halt Reißen im Ruhekampf. Ja. Für 5 Pfund. Also, das. Und dann ist er in Rechningshausen und beschreibt viel unordentliches, schmutzig aussehendes französisches Militär. Und dann trifft er Hagedorn. Ein sehr rheinischer Name. Hagedorn. Und Hagedorn ist Inhaber eines Großhandels für Käse. Und jetzt die Meinung von Hagedorn aus Hessen. Hessen Käsehändler. Über den Ruhrkampf. Ja, nicht schlimm. Wahrscheinlich auch so. Ja, man könnte ihn auch heute fragen. Jemand namens Hagedorn aus Hessen. Käsehändler Hagedorn aus Hessen. Was hat denn Hagedorn an tollen Dingen zu sagen? Aber ich meine, wie gesagt, Gustav von Krupp und Bolen-Halbach haben wir auch. Ich bin ja dankbar an diesem Tagebuch für die Zeitzeugen. Lass uns mal wissen, hören, was Hagedorn zu sagen hat. Zitat. Okay, also er sagt, ja, ja, ich begrüße das zwar, wenn es mich nicht betrifft, aber weil es mich betrifft, denn ich bin der Käsehersteller. Ich kann keinen Käse importieren. Ist das doof. Da sollen wir bitte die Ausnahme haben. Gut, ja. Habe ich mir schon fast so gedacht? Weiter. Genau. Die Eisenbahn müsse wieder in Betrieb kommen. Ebenso Postentelegraf. Der passive Widerstand müsse in den Bergwerken geleistet werden, nicht in den öffentlichen Diensten. Unter deren Einstellung die Ruhrbevölkerung mehr leide als die französischen Besatzer. Ich glaube, man hat es Hagedorn erklärt, aber ich glaube, Hagedorn hat es nicht ganz verstanden. Das war die Meinung von Hagedorn aus Essen. Und dann ein letzter Beitrag. Essen oder Essen? Essen. Essen. Ja. Ein letzter Sache nochmal, und zwar zu Arbeiter aus den Gruppwerken, was ich ganz gut fand. Und zwar damals, also das ist jetzt der erste Februar, weil die Inflation verändert das jede Woche. Ein Arbeiter bei Grupp verdient durchschnittlich am Tag jetzt 5500 Mark. Ein Pfund Margarine kostet 2200 Mark in Klammern oder 3200 Mark. Gut, Harry Graf Kessler, der weiß sowas immer nicht, aber jedenfalls. Butter, was interessiert sich Harry Graf Kessler für Butter? Ah, der Punkt ist halt der, also es kostet halt das halbe Tagesgehalt einen Pfund Butter. Und wegen des Eisenbahnerstreiks müssen sie zu Fuß zur Fabrik gehen. Manche Arbeiter zwei Stunden. Diese zwei Stunden werden ihnen nicht in die Arbeitszeit eingerechnet. Und damit wollte ich das Ganze beenden, dass halt die Leidtragenden das Ganze, dass die Leute vor Ort sind. Weil das ist ja, mit der Inflation, keine Eisenbahn muss trotzdem hin. Oder du wirst bestreikt, kriegst das Geld aus Berlin. Die Frage ist, wann und in welchem Schritt das angehoben wird. Da ist das komplette Leben, so als ich das an im Ruhrgebiet ist, beendet. Da geht gar nichts mehr. Man kann nichts machen, nichts vor und nichts zurück. Kompletter Lockdown, so in der Art in heutiger Sprache. Und man hoffe, dass das schnell irgendwie bereinigt werden kann. Ja, also das ist schon Wahnsinn, wie die Leute das so geschafft haben, da durchzukommen. Ja. Krass. Also wenn ich mir das heute vorstelle, dass da, also bei so einer Inflation... Dann nur noch, man marschiert Polen ein oder was und besetzt das hier und dann sagt die Regierung in München, ja, hör auch zu arbeiten, geben sie dein Gehalt und dann kommt dein Gehalt in irgendeiner wertlosen Währung an, wofür sie nicht mal ein Stück Butter kaufen kann, das gefühlt. Ja, herzlichen Dank. Ja, ich glaube, die Leute würden heutzutage nicht so, in Anführungsstrichen, also ruhig sein, also pro Regierung sein. Ja, ich würde auch unterstellen, man weiß es nicht, dass die Leute opportunistischer werden. Also das, weil die Einstellung ist ja im Ruhrgebiet offensichtlich nicht vorhanden, sich mit der Situation abzufinden. Sich damit abzufinden. Nicht damit abzufinden. Nicht abzufinden, ja. Genau das, ja. Da hat ja auch Gustav von Kruppen und Wohlenhalber gesagt, dass die Arbeiter sehr einfach für nationalistische Ausschreitungen zu haben sind, was ja schlimm ist. Ja, also in der Hinsicht, 100 Jahre später, hat sich da, glaube ich, die Einstellung der Leute geändert. Ja, aber ich weiß, also ist mal die Frage... Wir müssen es nicht ausprobieren. Wir müssen es nicht ausprobieren. Ich bin der Meinung, man lernt darin, dass viele Sachen besser geworden sind. Früher war nicht immer mehr Lametta, sondern im Gegenteil. Weil die Welt ist heute, aus meiner Sicht, eine bessere als von vor 100 Jahren, auch wenn noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Das, da würde ich dir zustimmen. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören für die erste Folge der Frühjahrsstaffel 2023 und 1923. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vorhundertpunkt.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank. Vielen Dank.